Auch nach dem DSDS-Finale schweigt Dieter Bohlen weitgehend zum Jury aus seines Freundes Pietro Lombardi. Bei Instagram machte er dafür aber die ein oder andere vielsagende Andeutung. Der SDS 2024 ist vorbei, am 9. November flimmerte das große Live-Finale über die Mattscheiben, in dem sich Christian Jerich gegen seine drei Konkurrenten durchsetzen konnte. Was die Show allerdings überschattete, waren die Schlagzeilen rund um Pietro Lombardi. Nach tagelangen Spekulationen darüber, ob Rapper Bushido in 2025 in der Jury ersetzen wird, gab der Musiker nur einen Tag vor dem Finale bekannt, dass er in der nächsten DSDS-Staffel tatsächlich nicht mehr am Jurypult sitzen wird. Obwohl er sich bei RTL für die Zeit bedankte, übte er auch Kritik, ich bin enttäuscht, wie man mit mir umgegangen ist, erklärte der 32-Jährige unter anderem. Wer sich bislang allerdings nicht öffentlich zu dem Thema geäußert hatte, ist Dieter Bohlen. Punkt der Pop-Titan ist eng mit Pietro Lombardi befreundet, doch nach den heftigen Schlagzeilen rund um den Musiker und seine Verlobte Laura Maria Röpa sowie die Schlagzeilen um Pietros DSDS ausschwieg der 70-Jährige weitgehend. Im Finale konnte sich der Phänomenal-Interpret einen Seitenhieb gegen seinen Mentor nicht verkneifen und vieles deutete darauf hin, dass möglicherweise auch beim einstigen DSDS-Dream-Team der Haussegen schiefhängen könnte. War bei der Jury alles in Ordnung oder hat es gekriselt? Im TV hat es überhaupt nicht harmonisch gewirkt, schrieb ein User unter ein neues Foto von Dieter Bohlen. War es aber, antwortete der kurz und knapp. Doch damit nicht genug, meinste, die geben Pietro noch eine Chance? Ihr seid ein geiles Team, wäre echt schade, schrieb nämlich ein anderer Fan. Und Bohlens Antwort könnte wohl kaum viel sagender ausfallen, nichts ist für die Ewigkeit. Punktworte, die für Gesprächsstoff sorgen dürften. Haben sich Pietro und Dieter möglicherweise verkracht? Wohl nicht. In einem anderen Kommentar stellte der Pop-Titan nämlich klar, dass er seinen Schützling weiterhin verteidigen würde. Auf die Frage eines anderen DSDS-Fans, der wissen wollte, schade um Pietro, kannst du denn nichts tun? Erklärte Bohlen außerdem, mache alles, was in meiner Macht ist. Und auch Pietro Lombardi selbst zeigte sich im Interview mit Bild überzeugt davon, dass sein Freund bei RTL ein gutes Wort für ihn einlegen wird. Es ist alles okay, ich weiß auch, dass Dieter jetzt noch zu RTL geht und sagt, hey, ich will Pietro. Ja, da bin ich 100% sicher. Ob das was bringt, bleibt abzuwarten. Schon vor einigen Tagen hatte der 70-Jährige betont, dass nicht er, sondern RTL die Entscheidungen um die Jury treffen würde. Genau das machte er auch bei Instagram erneut deutlich, ich mag Bushido seit einiger Zeit, mir fehlt aber das Verständnis dafür, dass man Pietro rausschmeißt aufgrund der letzten Geschichte, aber einen Bushido, der so viel Dreck am Stecken hatte, in die Jury holt, vielleicht könntest du mir das mal verständlich erklären? Wollte eine Userin wissen. Bolen erklärte knapp, frag RTL. Bleibt abzuwarten, wann sich der Sender selbst zu all dem äußern wird.